Oberdauer und Südwind, Föhn, da ist die Wetterscheide, Richtung Rastart ist es schön, Richtung Damsweg ist es neblig. So, Richtung Langgasser, jetzt hätte ich mir ganz gerne, das da nicht steckt irgendwo. Genau in dem Augenblick, in Statenhühe, ist nix und zuerst hat es blausen wieder, das wird lästig. Ja, geht nix. Bis vor kurzem, ein Zublasen, das ich mir gedacht habe, nein, ist es ein bisschen heftig für einen Zubläufer. Na, gott, nix. Zuerst habe ich echt Schwierigkeiten gehabt in Kalt gelegen. Also, es ist böig mit Löchern und ich bin froh, dass ich den Tisch genommen habe, weil in Wirklichkeit wäre mir der Ange wieder runtergeschreitzt, der Sonne. Ich habe mal gespürt, wie der Tuch hier hinterher umreißt. Das ist der... Naja, wenn ich mir jetzt fahre schon raus, dass es einfach schöner ist. Also, es reißt und dann ist wieder nix. Jetzt zum Gefühl. Gerade, dass ich nicht aufreiß. Also, wir sind die Bandewege, nicht aufreiß her. Nicht aufreiß. Wenn ich ein bisschen weg von der Kante käme, vielleicht wirst du dann leichter. Na, ist aus, gehts gar nichts. Was ist mit dir, bevor du dahin legst in die Dinger? So, du bist schön gekommen. Die kommt doch nicht einmal auf. So wenig ist jetzt wie schön sie sein. Scheiße. Jetzt haben wir hier oben gestartet, rein drüben. Da war ich vorne, Wald, hinterm Lift. Da ist nichts. Da ist nichts. Und dann reist du wieder so, dass der Kante hält. Da ist nichts. 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 Das ist nichts. Und aus. Und aus. Einfach zu wenig, gerade ist er noch, da fällt man fast drüber, wobei ich eben angehe und aus. Keine Chance. Ich nehme einfach wirklich runter. Es ist zwar hier oben da viel schönere Schnee, aber unten ist der Ding gleichmäßig. Zumindest war er da unten da in der Stadt. Was machst du mit so etwas? Endlich einmal erfüllen und da kommt die Listen 15 Meter nicht runter. Da oben ist er nämlich, aber ich kann nicht mehr oben fahren. Und dann reißt er wieder an. Schau, da ist er. Er tut nichts. Null. Gut, dass er. Noch nicht probieren. Und da oben ziehe ich ihn schön mit mindestens 60 km h. Und da durchs Deutzchen. Da drüben. Und da ist nichts. Es ist zu. Es ist auf nichts mehr. Es ist auch nichts. Hier. Es geht nicht. Nein, du laust ihn mal mit dem aus. Zuzano Neuer Versuch Rattat Rattat Da Zuzano Rattat Rattat Zuzano Zuzano Spannungsgeladene 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 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ein bisschen mir guter Wannsays Das war's. Das war's.